Hi, ich bin Johannes Schneider und bin in der Wirtschaftsförderung der Stadt Minden für das Thema Innenstadtmanagement zuständig. Eine wichtige Aufgabe des Innenstadtmanagements ist es auch in leere Geschäftsflächen der Fußgängerzone und auch darüber hinaus, jedenfalls in der Innenstadt, neue Läden anzusiedeln. Und dabei unterstütze ich die Eigentümerinnen und Eigentümer dieser Geschäftsflächen, aber natürlich auch interessierte Interessentinnen und Interessenten, die mit ihrer Geschäftsidee, mit ihrem Café, mit ihrem Einzelhandel und auch mit ihrer Dienstleistung ein Laden lokal in der Innenstadt suchen. Wenn ihr also entweder eine freie Geschäftsfläche habt in der Innenstadt oder aber selber mit einer Idee in die Innenstadt ziehen möchtet, dann meldet euch gerne bei uns.